Dafür mal ne Ladung, dafür auch ne Ladung, naja, zwei. Was wir halt eben kriegen können, nehmen wir mit. Haha, der japanische Roboter-Mann. Ich möchte doch mal was ausprobieren, vielleicht ist das ja ein, äh, schade, hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Eigentlich wollte ich ihn mit der, äh, Peitschenaufladung dann aus der Luft wieder runterholen. Ach, der lebt noch. Hör doch auf. Der lebt vor allen Dingen immer noch. Shit. Shit. Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Gott, ehrlich. Oh Mann. Geht's, da geht's runter. Meine Fresse, ich hab's schon wieder, äh, nicht kapiert. Und ich schieß alles daneben. So, ihr geht fliegen. Newsbotter. Gut. Äh, aufzuhaus gibt Punkte. Dafür. So, jetzt brauche ich erstmal ne Zigarette, ey. Meine Fresse. Geht schon wieder zu gut ab hier. Äh, Ischi. Er hat mir doch nicht so einen Schrecken ein, ey. Steht er auf einmal voll hinter mir. Ja, dankeschön. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Bam. Bam. So. Ab in Schleifbad mit dir. Tschüss. Mahlzeit. Kugelkick. Äh, okay. Mahlzeit. Okay. Okay. So, jetzt haben wir erstmal die hier. Das ist ein ganz schöner Lärm. Was machen wir jetzt? Schwachkopf. Das ist ein magnetodynamischer Generator. Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerlegen. Ich hab's doch hinbekommen. Na los. Die Motoren lösen sich. Heilung. Ey, was soll das denn? Komm mal her, du. Flieg. Nein. Wow. Glück gehabt. Chirurg. Aha. Gibt's ja nicht irgendwie so Zahnarzt oder so? Mh. Bitteschön. Mach den zweiten Generator platt und wir sind geliefert. Beim Hirsten hat es doch auch wunderbar funktioniert. Dämliches, dämliches Arschloch. Bewegung, beweg dich. Du kannst dich später beschweren, dass ich dich gerettet habe. Oh Gott. Es geht so ab. Das ist so ein Fuck-Yeah-Spiel. Das ist einfach nur Bäm, 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 Bäm. Alles geht kaputt. Los. Rutschen, 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 rutschen. Oh. Und nochmal. Slam-Dunk. Ja, ich wusste doch, dass das noch einer ist. Fuck, ja, nein. Höhenreist, okay. Ich sammle ja doch ein bisschen was am Punkt. Oh, oh. Äh. Bei uns ist hier gleich Schicht im Schacht, Leute. Wie sieht der Plan aus? Der Plan? Was ist dein Plan? Wir müssen hier weg. Oh, nein. Lassen wir die Würfel rollen. Juhu. Aua, 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 aua. Das muss doch wieder heiß sein. Oh, oh, hey. Oh, tschüss. Oh, nein. Okay. Shit. Okay. Tot. Fuck. Ist schon weg. Oh, was geht hier ab? Der Präsentierteller ist das etwa dein toller Plan? Du hast uns in die Scheiße geritten. Ich hab uns vorher ausgedrückt. Oh, Gott. Nein. Was geht hier? Was geht hier? Da flogen Beinen vorbei. Ah, alles dreht sich. Der ganze Damm bricht. Welle. Große Welle. Riesige Welle. Oh, fuck. 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 Krass krank. Vierter Akt Kapitel 1. Der einzige Weg. Bam, bam, ba, dudel, dudel, dudel. Lade häufig nach. Niemand stürzt sich gerne unvorbereitet in die Arbeit. Ja. Naja. Ich schon. Wir leben anscheinend noch. Boah, war das Scheiße. Jupp. Aber ein Genie, wie dir beim Problemlösen zuzusehen, ist echt erhellend. Jedem Sarkasmo steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit. Ich hab die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkst trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne. Was für ein Zufall. So heißt Ishi's Aftershave. Hahaha. Ein Teammitglied ist abgestürzt. Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff. Die Creeps haben meine Peitsche. Hat er seine Position darin gespeichert. Rauf auf die Brücke. Dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort. Okay, das heißt, wir machen Krach. Uhuhuhu. Uhuhu. Ja, glaub schon. Oh, du bist dabei leiser. Oh, shit. Ups. Oh, fuck. I'm so sorry. Ich will jetzt nicht mehr flüsteren. Oh, Mann. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht kaputt machen. Versorgungskapsel. Aufladen. Aufstocken. Gleich werden sie kommen. Halt. So, da. Detonationen. Scheiße. Ich hab keine Munition gekauft. Ich bin so dumm. Naja. Hauptsache Aufladung. Äh. Ich nehm mal mein Schlafschützengewehr zur Hand. Oh. Nimm das. Scheiße. Ich hab ihn von dem Ding gerettet. Das ist nicht gut. Oh, Gott. Lutz. Oh, ja. Ist gut. Herrlich. Jens kommt mir doch nicht. Tontaube. 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 Los, 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 los. Gut. Kugelkick erwischt. Kugelkick. Kopfschuss. Ja. Hier ist ein Halper. Hier geht mir voll auf den Sack. Ah. Nein. Okay. Okay, okay. Bats. Gut. Äh. Wo seid ihr hin? Da ist einer. Den da hab ich noch nicht verwischt. Gut. Alles klar. Und ich hab keine Munition mehr fast. Das war sehr gut, dass ich mir da nur Aufladungen gekauft habe. Wie gut, dass da gerade ein Auto liegt, wo man einfach durch kann. Okay. Ab ins Haus. Und rein in die Party. Ich mach' heute Party. Macht ihr heute Party? Okay. Ähm. Ich hör schon wieder Newsbot da. heute durch. Oder ist vielleicht Zerstören. Och. Zerstören klingt doch eigentlich ganz nice. So, nochmal Punkte greifen. Munition! Nimm es mit. Hab ich jetzt wieder? Jawoll. Natürlich. Ähm. Ach da. Zack. Au. 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 Das war pures Glück. Versorgungskapsel. Ich brauch Munition. Ich brauch Munition. So. Besser als nichts. Hä? Was ist los? Was geht hier ab? Fleisch fressende Pflanze. Ich schätze, mordende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt. Venus Menschen. Ihre Laute verraten ihre Standorte. Die Flora hier ist mutiert. Ein Großteil ist empfindungsfähig. Bei meinem ersten Trip wurde die Hälfte meines Squads gefressen. Ihr wart schon mal hier und habt das... Wow! Wo ist der Sniper hingelaufen? Bababababa Bababababa Nein! Vorbeigeschossen No scope! Oh Gott Ei Wie wär's mit einem freundlichen Leck mich doch Wo ist denn dieser blöde Sniper? Gott, wie schnell kann der feuern? Wo ist er hin jetzt? Wo? Da. Was sagt der Alts zu mir? Sucker? Das hast du jetzt davon. Mich Sucker zu nennen. Asshole. Okay, was geht ab? Und da sind Walchers. Ups, 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 oh. Ups, tschuldig auch. Du, du tust, was ich sage. Beim nächsten Verrat brich ich dir das Genick. Chill dich mal ein bisschen, Ishi. Toller Freund. Früher war er das. Aber er hat dem Falschen vertraut. Ja, Grey erkennt, dass er selber ein bisschen wie im Fakt ist. Willkommen im Kork. Hier können sie sich losziehen. Tja, da ist zu. Du hast es blockiert. Ich sehe keine Alternative. Was ist mit dir, Trishka? Jeder Affe würde das erkennen. Tja, dann hilf uns mal, Äffchen. Ich fühle mich momentan nicht besonders mildtätig. Finde es in den nächsten 15 Sekunden raus und hey, du hast einen Wunsch frei. Ja, das wirst du noch bereuen. Tja, ich habe es rausgefunden in den nächsten 15 Sekunden. Mal sehen, was mein Wunsch ist. Na schön. Also, wie ist dein Wunsch? Du verzeihst, Ishi. Er ist kein schlechter Kerl. Er hat nur eine schwere Zeit hinter sich. Er hat das nicht. Ha. Okay. Ich versuch's. Nice. Grayson ist ja mal ein richtig, äh, ist ja gar kein Weiberheld. Ist ja gar nicht da am Rumicken. Was denkst du, wie's hier passiert? Solarstrahlung überschwemmte den Ort. Wir haben versucht, die Touristen wegzubringen, aber... Banschies! Ich hör sie. Gegen Banschies können wir nicht viel unternehmen, würde ich sagen. Los! Link! Ouuuuh! Ouuuuh! Okay... Vielen Dank.